Musik Moin und Weidmannsheil zu einer neuen Folge Jagdkultur auf der Spur mit POMM. Grüß Gott und Weidmannsheil. Wir sind jeden Tag im Revier unterwegs. Doch woher kommt der Begriff eigentlich? Tja, das ist eigentlich mal wieder ganz einfach. Natürlich aus dem Französischen. Denn wenn es nicht lateinisch, nicht mittelhochdeutsch, nicht hochdeutsch, nicht niederdeutsch ist, ist es ja meistens französisch. Und in dem Falle ist es das erste Mal aufgetreten im 12. Jahrhundert und bedeutete im Grunde genommen ebenes Land neben einem Fluss. Was jetzt für die meisten Revierinhaber erstmal ein großes Problem bereiten würde, weil es viele Reviere geben würde, die nicht unbedingt zwingend einen Fluss haben, zur Not auch Erhebung haben. Im besten Fall sogar noch Berge. Wenn wir nach Österreich gucken, wird es dort wahrscheinlich gar keine Reviere geben. Aber das können wir relativ schnell auflösen, denn das war ja erstmal nur die Bezeichnung dafür. Das ursprüngliche Französische war nämlich das Riviere oder Rever und sollte tatsächlich erstmal nur die Landschaftsform bezeichnen. Und dieser Name schwappte dann als erstes ins Mittelfränkische, ging dann weiter ins Badische, beziehungsweise Badisch war es gar nicht damals, das war das Württembergische und wurde dort übernommen, gerade für die Reierbalz. Denn die Reierbalz fand ja wo statt? Natürlich in Ufernähe. Und so fand dann also der Begriff des Revier zu Revier durch eine Jagdart, die mit der wir heute eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, in unserem deutschen Sprachgebrauch. Aus dem Jagdlichen wurde dann die Forst aufmerksam und übernahm Revier für sich auch als Begrifflichkeit, als kleinste Abteilung, als kleinste Kontrollfläche, die es sozusagen im Forst gab. Deswegen auch Polizeirevier. Mit Sicherheit auch dort, einfach als Abgrenzung einer gewissen territorialen Fläche. Aber ansonsten haben wir dann ja bei den Revieren die Aufteilung bei uns entweder in der freien Bildbahn oder eben das Gatterrevier in der Jagd. Aber genau das war dann eben der Grund, weshalb sich dieser Name bei uns überhaupt etablierte. Weitergedacht wurden die Reviere dann natürlich auch entsprechend unterteilt, gerade auch im forstlichen Sinne. Dass wir nämlich einmal von dem Beritt sprachen und dem Belauf. Beritt jetzt tatsächlich daraus resultierend, dass der Oberförster selbstverständlich zu Pferde in der Lage sein musste, sein Revier zu kontrollieren. Und eben die Distanz, die er an einem Tag zurücklehnen konnte mit seinem Pferd, abkontrollieren konnte, war dann ein Beritt. Und dann natürlich für den Förster, in dem Fall Revierförster, der Belauf, weil der hatte nur Schustersrappen zur Verfügung. Dann also die entsprechende Laufdistanz des entsprechenden Reviers. Ansonsten haben wir natürlich noch die Untergliederungen, die wir alle gut kennen, dass wir vom entweder Niederwildrevier sprechen oder vom Schalenwildrevier oder ansonsten auch vom Hochwildrevier. Was dann ja im Grunde genommen einfach nur darauf hindeutet, welche Wildart dort in besonderer Form vorhanden ist. Und dann sprechen wir in den Revieren ja meistens von Bestand. Das heißt also die Menge an Wild, die entsprechend vorhanden ist. Also hoher Bestand viel Wild, niedriger Bestand wenig Wild. Auch das eine sprachliche Anpassung für die Reviere, die wir eigentlich so erst im 19. Jahrhundert kennengelernt haben. Denn vorher wurde das B noch weggelassen und man sprach immer nur von Stand, also Wildstand. Das sind aber eben dann die sprachlichen Feinheiten. So hat man ja zwischen Niederwild- und Hochwildrevier dann noch eine andere Unterscheidungsform, indem man zum einen von Bestand, niedriger oder hoher Bestand, oder im Niederwildrevier von Besatz, hoher oder niedriger Besatz spricht, um eben damit zu kennzeichnen, in welcher Menge Wild in dem jeweiligen Revier vorhanden ist. In dem Revier selber gibt es natürlich noch die Treiben, das heißt also die Möglichkeit, dort entsprechend Wild voranzubewegen, also einfach dem Revier sprachlich sozusagen zugehörig und daraus ergebend dann wieder Wald- oder Feldtreiben in dem jeweiligen Revier, um das Wild eben den Schützen zuzutreiben. Ansonsten gibt es noch eine Besonderheit im süddeutschen, beziehungsweise im österreichischen Bereich und das ist der sogenannte Bogen. Der Bogen beschreibt deswegen ähnlich wie das Revier ein Teilstück, nur eine sprachliche andere Variante und deswegen benennt man das dann eben zum Beispiel den Bogen am Rohr, der damit auch nichts anderes tut als das Revier, einfach zuzuweisen, in welchem Teil man sich befindet oder welche Abgrenzung es sich eben für eine besondere Fläche ergibt. Und damit ihr den Bogen kriegt, schaut das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020